Der Ortsteil Kokumola gehört zur Gemeinde von Minervino di Lecce. Das kleine gewohnte Gebiet stellt sich fächerartig um den Platz des Orts auf, der dem Schutzpatronen Nicola di Mira gewidmet ist und von der Bevölkerung an der ersten Woche von August gefeiert wird. Hierum entstehen die alten Adelsäuser, unter denen der Palazzo Pasca mit seinen umfassenden Konturen hervorragt. Die Fassade ist vom reich verzierten Portal beherrscht. Eine elegante Brüstung, die das Gebäude umrahmt, ist das gute Ergebnis einigen Veränderungen des Endes des 18. Jahrhunderts. Einst sollte das Gebäude bestimmt eine Verteidigungsfunktion übernehmen. Das bemerkt man aus den Resten einigen militärischen architektonischen Elemente des 16. Jahrhunderts. In diesen typischen salentinischen Gässchen scheint es, als ob die Gedichte des berühmten Schriftsteller Vittorio Bodini, die in La Luna dei Borboni gesammelt wurden, lebendig werden. Ein Dorf, der Kokumola heisst, ist, als ob man die Hände mit Mehl schmutzig hat und eine kleine, grüne, limonfarbige Tour. Wenige Meter von dem Platz entfernt liegt die schlichte Pfadkirche, die in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts restauriert wurde. Wenn man bis hin zur Peripherie weitergeht, findet man die kleine Kirche der Jungfrau Asunta gewidmet, die hier in Kokumola als die Madonna des Hurrikans gekannt ist. Die Kapelle wird in Erinnerung des heftigen Unwetters so genannt, dass 1832 in der östlichen Seite des Salento herrschte. Der Sturm sei dank der sofortigen Rettung der Jungfrau gemildert worden. Kokumola ist den vielen auch dank der ausgezeichneten traditionellen Küche bekannt, die man in den verschiedenen Lokalen der Altstadt schmecken kann. Die richtige Gelegenheit, um die schönen Landschaften des Salentos zu geniessen und gleichzeitig um die typischen Gerichten des Landes von Ortranto zu probieren. Wie geht es nicht? Wie geht es nicht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017